Willkommen bei Martins Bushcraft. Heute überleben am Meer. Wenn man jetzt keine Angel hat, könnte man auch die Fische in die Enge treiben. In dem, wo es dann sozusagen immer flacher wird und hier wäre der Zugang zum Meer. Hier sind sie durchgekommen und dahinter im Stein, manchmal sieht man sie auch, kommen sie hervor. Ich kann es mal probieren, es in die Enge zu treiben und dann könnte man vielleicht das Glück haben einzufangen. Wenn man es jetzt vielleicht noch vorbereitet hätte mit Steinen, dass sie an der Engstelle nur noch rein können und dann gar nicht mehr raus. Das habe ich zwar jetzt nicht, aber ich will es euch eigentlich mal zeigen. Jetzt würde ich zum Beispiel hier diese Engstelle ein bisschen zu machen mit Stein, dass sie da denken, dass es da gar nicht durchgeht. So, und dann probieren wir mal, ob es funktioniert. Da sind sie schon. Ja, so richtig dort, wo ich sie hinhaben will, kriege ich sie natürlich nicht. Aber mit ein bisschen mehr Vorbereitung könnte man sie jetzt wirklich in die Enge treiben. Leider entwischt. Ja, aber die Falle da hinten hat schon funktioniert, sie sind jedenfalls nicht raus. Also Jagdglück hatte ich jetzt heute nicht, das hatte ich ja letzt beim Angeln.